Du musst doch heute nur mal so eine Anzeige bei Ebay-Kleinanzeigen aufgeben. Das habe ich gemacht. Ich habe neulich das Schränkchen von der Tante Hilda inseriert. Da hat mich einer angeschrieben, ist das Schränkchen noch zu haben? Da habe ich ganz brav geantwortet, ja. Da kam als Antwort, okay, schade. Hä?